Ja, ja, die beiden von eben! Oh ja, ja, das sind die drei von eben! Zwei ohne Headset! Zwei ohne Headset! Oh, f*** mich, Alter! Jetzt gehen wir richtig hart auf die Fresse von mir. Weil die übertrieben gut spielen, auch ohne Headset. Die können's halt echt nie aus, ich verlob. Oder nämlich Hibana. Ja komm, ich spiel Hibana jetzt erstmal so'n bisschen. Die ist auch nicht so scheiße. Was nennen wir hier, Flammflöcke? Äh, immer, immer Dings, Leder, äh, Lader, Laderampe. Lederrampe immer? Leder, ja, Shipping-Doc. Denk dran, das Hostage, ne? Ja, ey. Boah, jetzt lau ich echt. Lade schneller mit Kruppel. Oh, Lorenz macht nen Race. Oh, Lorenz macht Battle. Ah, wer wird das gewinnen? Oh, wer wird das schon? Ja, Lüth. Ja. Los. Ey, ohne Spaß nicht. 50 Euro auf die Gegner. Guck mal, zwei Leute haben kein Headset, ne? Wer schneller liegt im Gewicht? Oh, wer verloren. Lorenzo Kruppel. Ah, das Internet ist hier halt verkrüppelt, da kann ich nichts für. Das liegt nicht mal am Internet, es liegt einfach nur an den Ubisoft-Servern. So. Guck mal, jetzt hat man wieder zwei Minuten Spaß und jetzt geht's los. Jetzt heißt wieder Fresse halten. Fresse halten. I won. Ja. Ne, du hast verloren. Der hat auch kein Headset. Fresse halten. Wow, ich hab kein Gepartenkreuz bei der Drohne. Ja, das ist der normale Bughaus. Ja, das ist immer so. Ja. Die ersten Drohne. Nur die richtigen MLG-Twitch-Spieler können was. Ne, die sind... Irgendwider sind... Bestimmt unten. Ja. Fahr du mal nach oben, ich fahre nach oben. Die sind oben, die sind oben, die sind oben. Das sind schon immer. Aber die gar nicht versuchen. Oben ist nur mit dem Badezimmer da, oder? Steck die Drohne. Oh fuck off, Alter. Direkt reingesprungen. Steck doch die Drohne! Hey, ja, jetzt fehlt sie so, Alter. Lorenzo. Und geht Laderab rein. Ach! Was, was kannst du immer? Wenn jemand mit der Drohne kann das spielen. Mach, Lorenzo. Und denk dran, erstmal wieder alles aufmachen. Dropper, Wände, alles mögliche, ne? Ja, lass mal alles gleichzeitig machen, dass es dir richtig verbirgt. Es ist mir nicht in den Kopf, Ash, ne? Und denk dran, erstmal außenkennst du auch mal. Das ist auch der Map besser hier. Pass auf, hier kann man gesponkelt werden. Durch die Rage und durch das eine Window in Club. Immer wieder hier durch. Ist der wer, Ash? Ich glaube, hier ist was offen. Ja, da ist immer einer. Lass mal oben den Dropper aufmachen. Ja, Jäger steht hier, Jäger steht hier hinten. Lass mal oben den Dropper aufmachen. Ich brauche einen Typen der Sprengstoff-Shit-Maufolge. Ja, komm mit. Hier ist der Dropper. Ey, wir können hier oben durchschießen, by the way. Toll. Ich hab alle Typen. Ey, ich brauche hier einen Dropper. Lass mal hier oben durchschießen. Bringe Sprengladung an! Keine Ahnung, dran. Ich springe! Da ist eine Kaffka. Boah, einer ist verletzt. Ja, der Magazin! Was? Die vier, die... Das sind zwei Stücke, die wir brauchen. Das sind zwei Stücke, die wir brauchen. Oh, ne. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich... Ich hab... Recht von dir in diesem Raum, wo wir in Forst ist. Das sind welche. Drei Typen. Hier ist in Ruhe. Drei Typen. Einer ist hier unter mir. Bronzy, kannst du den kaputt machen? Null. Unter dir? Ja, komm mal her zu mir. Unter der Luke. Weißt du, wo der Eingang von hier ist? Also da ungefähr. Ja, ja, ja. Da ist einer. Der aimt ja immer noch ab. Ich hab nur 22. Da rüber schlägt. Ja, sauber. Von da kannst du auch reingehen, ne? Ja. Die haben hier... Die haben hier einen Hole übrigens. Der Jäger ist zurückgegangen, barul. Also wir haben safe. Geisel in Sicht. Hinter dir, Lorenz. Ich hab ihn getroffen, oder? Nein, nein. Da ist nicht dran. Ja, ich hab ihn safe hinter der Wand erwischt. Wir müssen gleich rein, boys, ne? Ja. Da waren zwei. Und da ist ein Kaffner. Ja. 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 Ja, Jäger ist da. Also da war grad Puls. In dem Raum noch eben. Lorenz. 24 Sekunden. Bring rein. Ja? Ja. Einherzter der Schild. Einherzter der Schild. Da hab ich ihn. Bei mir. Fünfzehn Sekunden. Fünfzehn Sekunden. Schuldigung. Fünfzehn Sekunden. Ich werde dir nicht mehr. Bei mir bei mir. Bei mir. Einladen. Es bleibt noch zehn Sekunden. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Komm, er passt auf. Wieder da weg. Die Leute wollen die Ballerina, Junge 3-60-2-2-scope, Junge Ja, so musst du das, Digga Ey, lass mal unten nehmen, oder? Oder das gleiche ist aber Aufschlag Ja, wenn man den spielen kann, der Raum und unten sind die beiden Safesten hier Ja, da hab ich schon mal, drei Raum Ich hätt auch gesagt, eigentlich... Clubraum? Wie... Nee, nicht für Club Was nehmen wir, was nehmen wir Wenn wir den gleich nehmen wie die Lass Clubraum gehen Nein, Clubraum ist kacke Nein, das ist das schlechteste Bargeldraum Dann lass Bargeld gehen Ja, Bargeld ist gegenüber von den Raum, wo wir gerade haben Ja, Bargeld ist... Oh, das ist der... Das ist das schlechteste, Junge, Leute Ich hab doch die anderen gepickt, wo ist das? Wie meint denn das, Bargeldraum? Ja, nicht, nicht so... Denkst nicht so... Nicht Cash-Women, sondern das andere Ja, ja Ja Na, wir werden vielleicht noch sagen, oder was jemand Ja Ja, ich hab das Spiel auf Englisch, wahrscheinlich habt ihr das auf Deutsch Ja, genau Die Störe sind aber noch geirrt Wir brauchen mehr gute Wögen Ey Leute, macht niemals das jetzt zu... Das ist das Wir brauchen nur noch... Nein Ich hab eine noch Ja, ich werde das jetzt zu, also schon wieder zu Bro Wir brauchen mehr wegen der Granaten Bis gleich Ja, mal sehen... Äh... Haben wir... Ach, wir haben auch keine Wege, oder was? Bessen, Bessen Bessen Die Position der Geile ist sicher Junge, ich kann dich mal rausnehmen, Alter Was ist das? Ich lege Stacheldraht aus Ja, die können aber oben den Dropper fahren Wir brauchen unbedingt Roamer, die gegenüber davon gehen Äh... Hingehen Ey, das ist halt scheiße, dass es hier nichts ist, ey Garage ist offen Ich weiß nicht, was ich mache, ich laufe mal rum Uuuuuh Good job Gut Hier ist noch der Dropper, ne? Garage kam, glaub ich, noch was, aber nicht safe Ey, wieso ist... Das Kaisel steht offen Ja, ich brauch mal Hilfe hier Wo denn? Wieso? Ich dachte, Bonze... Ich dachte, Marc, du kommst mit mir, was ist bei dir? Ja, ich bin nach Garage gegangen, Digga Aaaa... Einer ist auf Fenster, Alter Ich liege hier und er liegt hier vor mir Einer von euch ist... Ja, 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 ich komme, ich komme, ich komme Lorenz, sag mir... Ey, einer biegt auf Fenster, Schmiddy Unmute hinter dir Es ist noch niemand Ja, jetzt bin ich tot Toll Herzlichen Glückwunsch Was machst du? Ich komme doch, Mann Halt dein scheiß Maul Na, zwei Mal rum Herzlichen Glückwunsch Wirklich Ja, ich will... Hallo, sei doch mal ruhig Ey, ey, ey Was ist ehrlich so, Mann, Alter? Ich versteh grad nix Halt doch einfach dein Maul Ja, du auch, Malte, grad Junge, seid doch mal ruhig Schön, Schmiddy Der letzte ist in anderen Raum, ne? Ich las mein Magazin Ist drin Geht für die Geisel Du guck durch die Schlitze, Schmiddy Wir sind wahrscheinlich erst die Geisel Muss er, ja Die Gegner haben die Geisel entdeckt Er betet dich Er betet dich Geht Clamer vor dir Geh rum, der geht hinten raus Der geht hinten raus Der geht hinten raus Der ist aber doch kein Castle Der kann nicht raus Chill mal, chill mal, chill, 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 chill Ist er doch Loll Du warst schon fahr auf dem Head Ah, echt hart auf Head Der Castle, Castle for win, Alter Ja, echt gut Nächstes Mal flamet euch nicht Und der ist als erst der andere Typen stattdessen Angestellt werden soll Alter, chill dich doch Ja, ja Was nehmen wir denn jetzt mal? Nimm mal Ash mit mit Sprengladung Schmiddy, ich denke, die machen jetzt unten Dann kommen wir mit mir Baustelle rein Dann gehen wir durch den kleinen Raum Und sprengen den ganzen Holzboden oben auf Und den Dropper Jetzt haben wir kein Setscher Warte, ich spüren Ja, warte, ich kann schon nehmen Warte Na, wenns nicht laggen würde Ja Ich hab grad Standbild Ich hab Standbild Ja, ich kann nichts ändern grad Ich hab irgendwie Standbild Ja, jetzt seh ich wieder was geil Ihr müsst die Geisel lokalisieren Ja, wir können ja durch den Container durch, oder nicht? Wir sind ja sowieso in diesen ähm Hat sich keiner als Strip-Club angehört? Strip-Club 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 Ich bin direkt weggemacht worden Ja, den kann man hier Man kann von oben, äh, von den Fenstern Also über die Reforcing Wallen aus Ja, kann man aufmachen, genau mit Sprengladung Ja, auf jeden Fall Und dann kann ich die Wände auch noch aufmachen, sonst Ja, Leute, saft eure Drohne, ich mach das weg Aufstehen wir uns doch nicht Egal Ja, scheißegal, Alter Ich weiß ja, dass ich genau da in der Ecke bin Was ist los? Fünf Sekunden bis zum Einsatz Geht rein Geht rein So, ne, so, ne So, ne, so, ne Finde die Geisel und bring sie zum Evakuierungspunkt Ja, Blackbeat, love for me, Alter, yo Yo Guck mal, dass wir alle Camps mitnehmen, ne Ich weiß nicht, ob das Ich hätte sich schon wieder fast mit dem Kopf geschossen, ey Oh, shit Hast du Sprengstoff? Ja Ist doch gejammt Wahrscheinlich, ne Ich weiß Das hört sich Warte Warte Komm erstmal her Hört sich nicht gejammt an Warte, gleich wenn du springst, direkt das Warte, Schmitty, kannst du mir einen Gefallen tun, kannst du ein Seil dran hocken und zwei Sprengladungen hier dran legen Gehen die hier überhaupt dran? Warte ich mal auf Jo Oben, oben gehen die dran Ey, bitte, guck Muss andersrum, denk ich Muss so dranhängen Achso, kann doch sein, dass die nicht rangehen, dann kann man aber von oben auf jeden Fall so reinballern Wir haben den Fett schon genäht dran Ey, brauchst du hier nen Clammer, by the way, ne? Sonst soll ich hier irgendwie bauen Fuck, ich hab Headshot gekriegt Von der Fros, die sitzt linke Seite Ecke Lorenz, Fros, Hilfe Nein, das kriegst du noch nicht, da geht nix rein Komm, Alter Vielleicht hab ich nachladen was Ja, Lorenz hab ich auch gesehen, ich dachte so, du safe triffst ihn so und auf einmal passiert so gar nichts Ich hatte extra vorher einen Knacken an Ich hab grad chillen noch, ne? Die anderen kommen noch mit Dings Ich glaub, dahinter ist gar nicht Doch Doch Schön Der hat sich nämlich nicht mehr bewegt Der ist links, der ist links, der ist direkt hier Ich hör seinen, seinen Throne Warte, 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 ich hab Ruhe, ich hab Ruhe, entschuldigung Hier Hoff rapid rein Links, links, links Direkt Ja Schön Klapp, hab ich sogar noch gehört Das ist das, Alter Das ist das, ich wollt grad sagen, Alter, heftig Gar nicht obviest, die fallen da um die Geißel, ne? Nee Ich wusste es da nicht, ein Schwickle Lass uns, lass uns unten machen, oder? Hätte ich gesagt Ja, das gehört zum grünen Abschluss Clubraum? Oder wollt ihr jetzt das Schlafzimmer mal? Ja, wir können auch Clubraum machen, stimmt auch Das ist eigentlich nicht schlecht Clubraum, muss ich sagen Nee, ich hab Carsten mit Oder waren wir in der Bedroom? Ja, das ist... Das ist chill, chill, chill Achso, ja, Bedroom, Bedroom, schnell Bedroom, Bedroom Ja, schön Schön Ich hab so oft Escape gedrückt, Alter Schön Das haben wir geschafft Jetzt ist aber alles vorbei bei mir Was ist denn im Moment los hier? Alter, wir haben jetzt noch eine 404-Türmer Hast du dein Steam jetzt aus? Jo, dann ist... dann läuft heute ohne Scheiß Wie bitte? Hast du dein Steam ausgemacht? Ja, hab ich ausgemacht Ach, meine Brüder oder so... Keine Ahnung, mein kleiner Bruder... Hallo, 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 hallo Und Leute, macht nicht das hier, das nicht zu machen, das ist total Verschwendung, wo ich hier fängte Die, die beiden Außenwände hinten noch, ne? Ja, genau Bin mit drühen Glocken 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 Wenn ich das bekomme, dann werde ich ab Lichtkontakt zu Geisel Oh, ich glaub sie sind bei mir auch im Schiff Glocken 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 Da soll ich noch Dinge zum Türen? Ich hab noch hart Jo, pass, ich mach, ich mach Hier ist es einfach offen, geil Malte, Lorenz, geh mal weg, bitte kurz. Ja, Lorenz, geh mal hinter dir. Kevin, ich mach dir ein Loch rein, Kevin, ich mach dir ein Loch rein. Ich hab, ich hab, ich hab. Bei mir ist gerade alles... Lorenz, pass hier oben auf, ne? Ich mach Treppe. Ja, ich war zu spät dran. Oh shit, Leute, oh shit. Hab einen. Schön. Oben, Drop, pass auf. Einfach auf Zeit hier wieder. Hey Leute, seid mal ruhig, bitte. Oh, war ist da schon einer drin? Ich kann hier übrigens gerade durchgucken. Lorenz ist hier neben mir gekommen. Ja, er holt mich auch, Lorenz. Er ist da hinten drin. Hinter dir in der Wand, ne? Der kann da durchballern, einfach dann nachher nicht. Ja. Ah, dafür muss er aber erstmal wissen, dass ich hier bin, oder? Ja, links war direkt einer. Ohhhh. Zweite Chance. Ohhhh. Ohhhh. Ohne Scheiß. Ja, Treppe. Kommt einer hoch. Ohhhh. Alter, wie hat er mich denn jetzt schon wieder getroffen da aus dem Raum? Was hab ich jetzt? Letch immer hoch, Mann, Alter. Ohhhh. Fuck off. Letch kommt jetzt rein. Nice. Chill einfach Treppe ab. Rechts neben der Treppe war einer. Was hier? Ja, dahinter war der. Hast du gesehen, Schmiddy, ne? Nee. Achso, ich glaub du hast da Waffe gesehen. Waffenlaufer, aber nicht safe. Ey, kann doch einer mal hier die Cam hier oben nehmen. Einer ist durch, Schmiddy, Schmiddy. Ja, hinten drin. Hinten drin. Gym Room. Leute, nimm doch einer mal hier die fucking Cam, Alter. Ja, ja. Ich muss Cam hier draußen verbringen. So, ich hab, ich hab die Cam. Ich hab die Cam. Ich hab die Cam. Ich hab den richtig hart gehitten. Schmiddy, der steht rechtes Corner, glaub ich. Und aimt Treppe ein bisschen ab. Einer ist safe da. Letzter Verbleib. Nein, du anme Sache. Elf kills, Alter. Schmiddy ist das bei dir, Alter. Mit dir und reincheapen. Ja, Schmiddy hat Bock. Carry. Schmiddy will wieder auf Gold. Mach deine Lack verletzt neben dir. Oh, nice. Die waren alle Gold. Ist be obvious, safe Gold. Nice. Komm, gib's mir. Ich bin Gold 2 direkt. Ich bin Platin 2 jetzt. Ja, Platin 1.